Das Intro hier hat keinerlei Bezug zum Video, was ihr gleich sehen werdet. Wir sind hier gerade im Hyatt Hotel, 5 Sterne muss man wieder dabei mal sagen, in Köln. Ziemlich lecker, aus dem Fabio. Viel Spaß. Die Nebenkosten, das sind immer die Sachen mit denen man, oder wollen wir da überhaupt wirklich hin? Lass mal lieber hier unten hingehen. Da ist ein Duo mit uns. Echt? Oh, ich muss nach dem Game meine Kopfhörer wechseln, ich vergesse. Okay. Okay, wir sind Erster. Also einer ist auf jeden Fall im... Oh ja, oh, ich habe ihn kurz gesehen. Ist das bei dem gelben Ding, oder ist das noch anders? Ja, bei dem ganz Großen. Ja, bei dem ganz Großen Haus. Aber hat nur eine Pistole, ne? Ja, ich glaube schon. Wo ist der genau? Der ist hinten auf dem Balkon, von da aus schießt der. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich stimme rein. Ich habe eine Maschinenpistole. Der ist irgendwo durch gerade, durch ein Fenster. Da ist er wieder reingegangen. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Bist du hinter mir? Ja. Über mir Shotgun? Ich nehme mir auch eine Schrutz mal mit. Die warten oben auf uns. Ich hätte aber potenziell eine Smoke. Hast du eine Blendgranate, oder sowas? Nee, gar nicht, leider. Hier ist auch noch eine Smoke. Komm mal mit. Wir haben uns erstmal ein bisschen Zeit verschafft, gekauft. Gucken wir mal nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie... Oh. Wurdest du angeschossen? Nein. Ja, die schießen in die Smoke. Die sind so... Das sind Kartoffelköpfe. Oh mein Gott. Oh, die Dumme, ey. Oh, der hab ich nicht ganz getroffen. Einer knockt. Der andere... Runter, 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 runter. Uh. Uh. Du hast mich hier. Aber erschreckt, Alter. Ich wollte so wieder runter. Alles gut. Hat ja funktioniert. Wie ist Ball für euch gelaufen? Gut. War cool. Also... In der ersten Runde sind wir, glaube ich, sechs da geworden. Ja. Okay. Ja, danke. Ich würde echt sagen, Auto finden, nach Yasnaya rein, da ein-, zweimal looten und fertig. Danke. Wollung. Das wär so die Idee, die ich dahinter hätte. Aber finden wir hier eine Karre in dem Scheißladen. What the fuck? Ich hoffe mal, hier kommt mir jetzt keiner hinter mir und will mich abschießen, aber ich glaube, ich hab was gefunden. Oh, lol. Komm mal bei meinem Papa hier. Lag im Eingang. Also, es war wirklich halt im Eingang. Ja. Okay, los. Leute. Gottesgeschenk. Tschüss. Ich hoffe mal, da sind irgendwelche Leute, die looten gerade noch. Denke mal. Boah, ich lenke noch nichtmals. Oh, 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 oh. Oh, der Scheiß! Oh, der ist Knall. Voll geil, man. Ist mir schon passiert, dass das dann explodiert ist. Oh. Und hier nochmal 30 Schuss und hier nochmal 90 Schuss, also du wirst jetzt genug haben. Mein 3er ist komplett weg. Ja, da hat ganz viel Munition noch. Wir müssen langsam los. Wir gehen aber nicht durchs Fenster. Ist so laut. Und du solltest nicht mal boosten, ne? Hast du geboostet? Ja gut. Dann machen wir eben mit dem... Hinter uns! Bin ausgenockt! Holst du mich? Reicht noch. Alles gar kein Problem. Ich zieh mir eben den Koffer rein. Dann gehen wir links in das Dorf von uns. Brauch ich nicht. Hardshift gegen uns. Wir müssen eigentlich direkt los. Wir gehen hier an der Küste entlang. Da haben wir viele Verwerfungen und Ridges. Wir müssen hier hoch. Wir können nicht riskieren, dass da in der City gleich irgendwelche noch hinter uns kommen. Und jetzt müssen wir rein. So, die drückt jetzt gleich ganz gut. Rechts von uns! Ich steh den! Wir gehen ganz links entlang. Hinter uns. Hab ihn! Links... Erstmal rein. Der ist auf jeden Fall ausgenockt. Da läuft noch einer rein rechts von uns. Shit! Das ist echt... Hinter uns! Ich bin so low! Hast du... Da kommt ein Smog! Wer wird den jetzt aufheben? Ist der da oder was? Da drinne? Ich denk mal ja. Ja. Zone ist 1-10. Ich wechsle Position. Bleibst du hier? Wer die? Wo sind die? Die sind da bei der Smog. In der Smog drinne? Hab ich die Mama getroffen? Ne, die sind jetzt weiter links. Ich steh'n! Down! Nice! Ja, ist das ein schönes Geräusch, Leute. Okay, den anderen kriegt er... Wie den anderen nicht? Ja, den anderen kriegt er auch nicht mehr. Ja, der wird auch angeschossen. Ich versuch den Kill zu securen jetzt. Ja, ist down. Hast du einen Mate? Hast du einen Mate direkt? Ja. Perfekt. Okay, wir rotieren direkt über deren Seite. Ja? Ja, natürlich. Die haben uns ja da frei gemacht. Wir haben da grad radikuliert. Sag mal, wär doof. Wir brauchen ja nicht mal zu looten. Ist auch gar keine Zeit für. Sondern einfach nur... Oh! Ja, links, Karabiner. Eine Richtung für mich? Ah, da hinten. Großer. Wir müssen hinter uns noch aufpassen. Wir wollen über den High Ground. High Ground. Vor uns direkt. Oh! Ja, bist gut. Ich hab nicht gewohnt. Down. Komm zu mir. Komm zu mir. Weiter down. Ich bin Batman. Ich will... Ich will... Ich will... Bleib da, wo wir sind. Ich will eigentlich nur den Helm hier haben von denen. Boah. Kannste knicken. Rechts von uns, rechts von uns. Geh hinter den Stein wieder. Geh hinter den Stein. Die Kartoffeln rum. Wir gehen nach unten wieder. Wir müssen nach unten hin. Ja. Da auch am Zickzack laufen. Ja. Vor uns ist einer mit einem Stein, ne. Denk da dran. Ah, fuck. Ich hab keine richtige Nade mehr. Ich sehe einen. Auf 210. Ja. Wir gehen leider nicht von hier auf. Das ist... Oh, stopp mal gegen 1-1 ist das. Ich sehe einen. Hinter dem Stein auf 265. Hab ihn zweimal gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Pass auf den unter uns auf. Der hat den? Der hat den? Ja, unter den. Unter uns, ne. Der muss zu uns. Der muss zu uns. Einfach warten. Hast du noch normale Nades? Ich geh links. Du bleibst da, wo du bist. Ich sehe ihn. Der ist da, wo der andere war. Einmal hit, hit. Oberer Kopfbereich. Musst dich healen. Der muss ja jetzt auch da los. Ja, der muss los. Entweder verblutet der jetzt. Oder der ist down. Eins von beiden. Komm. Komm. Der wirft den Smog nach links. Nach links. Rabin. Sehr schön. GG, we played. Geht doch. Easy peasy. Hallo. Ich glaube es hakt hier. Ja. Ich hab mich noch nicht gezählt. Ja, ich hab das gemerkt. Weil du nicht zählen kannst. Das ist... Das ist...